Mein Gott, Steinbeutel ist ganz ausgeleiert! Also der Beutel ist nicht von Anfang an so riesig so groß, sondern der Beutel wächst mit dem Jungtier sozusagen mit. Der ist dann irgendwann relativ ausgeleiert, so wie Tinnys Beutel. Das bildet sich aber irgendwann alles zurück, wenn das Jungtier nicht mehr im Beutel ist. Das ist ein Ringmuskel der Beutel sozusagen. Die können richtig zu kneifen, wenn die möchten. Und wenn sie entspannt sind, dann ist der halt relativ locker.